Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Sport 65 Bootlab Seminar. Heute befassen wir uns mit einer Problematik, die sicher viele von euch schon kennen, nämlich Druck auf den Knöchel beim Skifahren. Das heißt der Außen- oder Innenknöchel ist es prinzipiell erstmal kein Problem zu beheben. In erster Linie ist ein besonders angepasstes Fußbett, was ihr bei uns im Shop natürlich auch gemacht bekommt. Der erste Schritt für die Problematik ist, dass ihr da einfach den perfekten Stand im Skischuh habt. Sollte es sich mit der angepassten Einlegesohle noch nicht ausgehen, können wir natürlich auch über die Schalen euch dementsprechend Platz im Knöchelbereich schaffen. Sowohl an der Außen- als auch der Innenseite können wir hier auf eure Knöchel eingehen, sei es durch Verletzungen oder einfach eine Exponation oder einfach starke Knöchel, um euch da halt eben schmerzbefreites Skifahren generieren zu können. In dem Video haben wir euch das ein bisschen zusammengefasst, wie das bei uns abläuft und ja, bis zum nächsten Mal. Zunächst wird der Schuh an der ermittelten Druckstelle durch ein Induktionsheizkissen erwärmt und anschließend durch das dazugehörige Fitting-Tool geweitet. Durch die integrierte digitale Schieblehre können wir außerdem genau ermitteln, in welchem Umfang wir den Schuh geweitet haben, um so das perfekte Ergebnis für dich zu erzielen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.